Bevor wir 10-2 anfangen, gehen wir noch mal hier. Ich glaube, das ist nur ein Audio-Log oder so. Oder ist das nur... Oder ist das einfach eine Spezialsequenz? Nein. Es ist so lange, seit ich trainiert habe. Du hast einen kleinen Chubbisch bekommen. Und du bist nicht derjenige, der den Baby hat. Nein. Es hat zwei Jahre lang. Ich habe gelernt, wie zu halten, für mehr als zwei Minuten jetzt. Es braucht mehr als Physikale Kraft. Und es gibt einige Tricks, die man nicht bemerkt. Es hat vieles, vieles und vieles, vieles. Ich musste nur noch versuchen, bis ich es für mich selbst herausbekommen. Und du weißt, was? Und du weißt, was? Back then, ich hatte keine Tricks. Ich hatte keine Zeit, um zu denken. Ich hatte Zeit, um zu denken. Ich hatte keine Tricks. Ich hatte keine Tricks. Ich habe eine Tricks-Log oder so. Ich habe auch noch keine Tricks-Log. Und ich habe mich verschwunden, damit um diese Tricks-Log oder so. Und ich habe eine Tricks-Log. Und ich habe mich noch daran, Ich habe mich vor jemandem geholfen. Das war ich, dass mich schnell reifet hat. Frau Yuna. 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 Was ist das? Was ist er? Ich meine, ist das wirklich ihm? Ist das... ist er... was ist going on? Ich bin nicht sicher. Aber du willst herausfinden, oder? Ich bin nicht sicher, aber... Ja, dann gehen wir! Woher gehen? Das ist das Problem. Ich weiß, Kimari hat die Sphäre gefunden. Wir sprechen mit ihm. Woah, woah. Du bist sicher, dass du bereit bist? Kannst du warten, bis wir ein bisschen mehr finden können? Und wer sollte das herausfinden? Ich bin sicher, dass Maven Nuge aufbauen wird. Ich bin sicher, dass Maven Nuge aufbauen wird. In Wahrheit, ich versuche ihn selbst. Bitte, ja? Entschuldigung. Ich werde zurück, so schnell wie möglich, mit dem vollen Report von unserer Investigation. Na, schau, ich möchte Yuna wirklich gehen. Sie kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen. Warum nicht? Denn sie ist aufbauen, seit drei Monaten, ja? Und jeder will sie sehen. Oh, ja? Was ist das, was sie will? Na, ja, aber... Okay, vielleicht, wenn man sich die Dinge aufbauen, weißt du? Und was, wenn sie nicht, Waka? Was dann, was? Ich glaube nicht. Nach allem, was Yuna getan hat für uns. Warum kann sie nicht nur tun, was sie wollen? Warum? Du weißt, jedes Mal, wenn ich hier besucht habe, habe ich gefragt, warum ist es, dass, wenn jeder rauskommt, ihre Träume passieren, und jeder bekommt ihre Chance, ihre Träume, ihre Träume sind aufgrund. Gee, es ist nicht wie... Oh! Was wissen Sie, Tubby? Hehehehe. Luna? Ich will... Ich will... Ich will wieder nachdenken, aber... wenn ich rauskomme, ich werde mich überraschieren, mit allen anderen. Ich will... Was? Was ist das Problem, zu pretendem zu sein, wenn es die Dinge, ich will sagen, nie wird gesagt? Wie muss ich alles ändern? Ich gehe. Ich gehe. Yuna! Ich weiß, es ist selbst. Aber es ist meine Geschichte. wo es geht? ich würde es sagen! Also, ich habe etwas anderes für mich... Gib mir einen Rack! Aber erst, eine Bildung... Du brauchst einen neuen look. Du sind ein Celebrile, also nicht incognito ist die Idee! W-w-wait, euch zwei. Ich werde ihn mitliotheken. ein Eternatlich ein etwas ein und meine 2 Minuten 41 Sekunden Es ist nicht viel aber es ist genug Es ist okay es ist okay mehr mehr nicht Riku, lass uns jetzt lass uns jetzt lass uns jetzt los los 1 Link 2 2 3 1 2 1 2 2 3 1 3 1 2 4 2 1 Es gibt sogar noch Abspann und Extras. Gab es hier nicht noch ein Pfeil? Das ist so ein Audio-Lock, der schon irgendwie fast X3 ankündigt, irgendwie. Okay, dann sind ja alle Zeichen gesetzt zu Final Fantasy X-2. Dann würde ich mal sagen, let's go! Bis zum nächsten Mal.